Joa. So. Oh, ein Hinterhalt! Also eher ein Vorderhalt, weil sie kam direkt von vorne, aber naja. Arrr, Metschlein! Hier unser Jagdgebiet! Ihr euch ergeben, sonst ein auf die Klatsche! Wieso muss ich gerade jetzt an Dante und Thorn denken? Ja, Stich. Ja, ja, wir ergeben uns ja schon. Ergeben, paar bekämpfen. Ach, lasst uns mal verhandeln. Hey, hey, hey! Wir sind hier nur so reingerutscht. Wir wussten ja nicht, dass es euer Revier ist. Ich denke, man kann über alles reden und so. Nix wird hier geredet. Du und deine Freunde werden Orgbrüche füllen. So sieht's aus. Nein, danke. Wir haben keine Lust an euren Kochöpfen zu landen. Wir möchten euren Boss sprechen. Bringt uns zu eurem Häuptling. Ich gehe mal davon aus, dass er mehr an der Birne hat als ihr. Naja. Mal gucken. Was haben wir denn da? Junges Blut. Frisch und saftig. Ja, ja. Die Geschichte kennen wir schon. Aber wir haben keinerlei Interesse an euren Bratenspießen zu landen. So? Warum sollten wir auf dieses Festmahl verzichten? Nun, vielleicht könnten wir euch die Rübe einschlagen. Nein, euch einen Gefallen tun. Wenn ihr uns unbedingt zu schaschlig verarbeiten wollt, nur zu. Ich kann dir jedoch garantieren, dass nur noch sehr wenige von euch übrig bleiben werden, um den Braten zu genießen. Daher solltest du lieber ein wenig von deinem hohen Ross runterkommen und dir überlegen, wie wir uns irgendwie einigen können. Seht her, Leute. Der Affe bettelt um sein Leben. Nur gut. Ich will großzügig sein. Was du hast anzubieten, Affenkind? Nun ja. Wir haben, wie gesagt, einiges drauf. Und falls du irgendwelche Probleme haben solltest, wir sind die Lösung. Es gibt da tatsächlich ein paar Dinge, die ihr für den mächtigen Stamm der großen Schweinsnasen-Orks könntet erledigen. Gleich ein paar Dinge? Schieß los, Schweinsnase. Wir sind nicht allein hier in dieser Höhle. Böse Nachbarn neben und unter uns. Ihr uns helfen mit bösen Nachbarn. Hm. Und was sind das für Nachbarn? Zuerst da sind Schlangenweibchen. In Höhle unter uns. Wollen immer junge starke Orks von uns zu machen, neue kleine Schlangen. Hört sich eklig an. Was sollen wir tun? Vor drei Tage Schaman von Orkenstamm ging runter, um Schlangenweibchen zu sagen, dass so es nix könne, laufe weiter. Schaman nix komme wieder. Die werden ihn wohl alle gemacht haben. Dass ich schon selber wisse, dass du mir nix musst sage. Wir jetzt aber brauchen neue Schamanen. Tut mir leid, aber wir sind schon anderweitig beschäftigt. Oh, du aber auch nix kapiere. Du nix werde solle Schamanen. Wir nix brauche Äffle als Schamanen. Wir brauche Orken-Schamanen. Na gut. Und wo soll ich den her zaubern? Wir schon selber mache. Aber wir brauchen Schamanen-Stab mit viel Knochen dran und so Sache. Du uns hole Schamanen-Stab. Na gut. Und wo finde ich so ein Ding? Die Treppe runter. Da sind die Schlangefrauen. Die werden es ja wohl noch haben. Sag ihnen, dass Orken den Stab brauchen. Na gut. Das hört sich ja nicht besonders kompliziert an. Ich bin gleich wieder da. Ich leibwache Häuptling sage, ich schlage. Ja. Du bloß aufpasse Finger weg von großer Häuptling, sonst du Matschhaufen. Und habe Stab von Schamane. Ähm, nein. Wir kommen gleich wieder. Mit dem Stab versteht sich. Dann gehen wir mal da runter. Hm. Aha. Das sind scheinbar unmittelbare Nachbarn. Interessant. Oh. Was ist denn da? Eine Truhe. Eine kleine Truhe. 4.000 Taler gefunden. Einfach mal so. Ja klar. Würde ich auch hier unten verstecken. Das ist ein todsicheres Versteck. Das findet so schnell keiner. So. Na dann. Hi. Huiuiuiuiui. Das ist aber mal ein hübscher junger Bursche. Ist das da ein Heiltrank in deiner Hose oder freust du dich nur uns zu sehen? Äh, das habe ich jetzt nicht verstanden. Du vielleicht nicht, Grandy. Aber ich habe das sehr wohl verstanden. Pass bloß auf, du Schlange. Sonst kriegst du es mit mir zu tun. Keine Sorge, Kleine. Ich werde dir deinen Liebsten schon nicht ausspannen. Ich bevorzuge da handfestere Kost. Abi seid sicher nicht gekommen, nur um meine Pläuschchen zu machen. Was wollt ihr? Der Oberorg hat uns geschickt. Er geht davon aus, dass ihr so eine Art Schamanenstab habt, den er benötigt. Den hatte dieser Wichtigtur dabei, der uns vorgestern im Schlaf ermorden wollte. War ganz lecker, das Kerlchen. Ein bisschen zäh vielleicht. Ähm, also schön für euch. Also wir wollten eigentlich nur den Stab abholen und dann wieder verschwinden. Na mein Süßer, so leicht ist das aber nicht. Er will doch nur einen neuen Schamanen heranzüchten, damit dieser versuchen darf, uns zu meucheln. Na gut, ganz wie ihr wollt. Äh, dann eben mit Gewalt. Wie ihr wünscht. Schlangenfraukräfter. Joa, wir hätten uns jetzt auch zurückgehen und uns mit dem Orks anlegen können, aber mein Gott. Verkloppen wir lieber die Schlangenfrauen. Passt schon. Schutz vor Bösem. Ich weiß nicht wie viele die drauf haben. Kugelblitz. Montarius. Tanz der Sonne. Kugelblitz. Naja. Schleimfrau greift an. Weicht aus. Weicht aus. Okay. Vielleicht sind die ja gar nicht so stark. Heilige Melodie. Eine heilige Melodie. Ist halt mal keiner das denn. Egal. Sternschauer. Flammenschlag. Und Tareus kauft mir so an. Ahja. Flammenschlag ist gut. Flammenschlag. 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 Also irgendwie scheinen die extrem schwach im Angriff zu sein, habe ich so das Gefühl. Anders kann ich mir das nicht erklären, warum ich hier die ganze Zeit ausweiche. Flammenschlag. Yay. Gewonnen. Schamanenstab eingesackt. Haarlocke eingesackt. Oh. Flupp. Tja. Okay. Interessant. Die hatten also die Haarlocke vom Minotaurus. Und habe starb von Schamane. Jo, war eigentlich gar kein so großes Problem. Ah, du mir gebe. Schnell, schnell. Hier hast du ihn. Sehr gute Arbeit, ihr machen tut. Dann wir kommen zu dem nächsten Teil von Aufgabe. Schieß los, alte Schweinennase. Ganze Westen von Höhle leben böser Magier. Er sich schützen durch magische Wand vor uns Orken. Er sehr böse. Immer fängt kleine Orken für seine böse Zauber. Aber wir nicht kommen an ihn ran wegen magische Wand. Und jetzt sollen wir für euch den Durchgang öffnen und diesem Fiesling die Leviten lesen, was? Du gar nicht so dumm Affen, Mann. Genau, das wir von euch erwarten. Sonst... Du schlau. Du wirst schon. Ja, klar. Kochtopf und so. Wir werden sehen, was wir machen können. Endlich eine Möglichkeit, diesen interessanten Zauber anzuwenden, den ich auf Rabenstein gelernt habe. Ja. Ansonsten wären wir nämlich auch nicht durch die Barriere gekommen. Ich nix, ein Chef von Wache. Du reden mit Chef. Ja, äh... Ah, ich große Wache. Ihr hier nix rumlaufen dürft. Wir euch alle zu Muß machen. Madenwürmer und Affen. Jetzt mach mal halblang, du Speckfresse. Wir arbeiten schließlich für deinen Chef. Ach, sag doch gleich. Du weitergehen. Ich pass auf, fangene auf. Damit nix haue ab, klar? Klaro. Wir haben ihn kapiert. Was hat der Bursche denn angestellt? Auch nix wiss. Auch egal. Hauptsache Wache halten. Ach so. Na dann viel Spaß noch. Der ist wirklich noch blöder als seine Kuppels. Hm. Ja. Gut. Irgendwelche Gefangenen haben die hier also auch. Wir hier wachen über Varge. Gut Freund von Orken und gut Fressi. Aha. Wenn frech sein, dann ja bald Futter für Varge. Nix müsse habe Schiss. Nur Witzle macht. Ja. Nur Witzle macht. Ich Großkämpfer sei. Ich mal werde sein Häuptling. Das ist toll. Hier seien unser Futterlager. Lecker Spinnen und Ratten. Igitt. Wir halten Wache, damit nicht böse Feinde über uns herfallen. Ja. Gut. Dann, äh, tschüss mal Leute und so, ne? Ja. Das Problem ließ sich ja jetzt einfach lösen. Also zu entkommen meine ich. Weil quasi gesehen, wären wir jetzt hier fertig. Also fast. Also prinzipiell. Also erstmal können wir dem Minotaurus seine Haarlocke bringen. Das wäre irgendwie ganz nett. Dupdi-dupdi-dupdi-dupdi-dup. Kleine süße Haarlocke. Nun, Freunde. Seid ihr schon fündig geworden? Das müsste sie doch sein, eure Locke. Und nicht ein einziges Haar angesenkt. Da wird sich eure Dame aber freuen. Nun denn, ich riskiere zwar meine Rente damit, aber ich habe es versprochen. Nehmt denen also den Kompass von Minos aus meiner Hand. Das große Geheimnis der Labyrinth-Wächter. Er wird sein ein strahlender Fingerzeig in der Dunkelheit. Oh, ein Kompass für Stirnacken-Labyrinthe. Das ist ja mal ein nützliches Geschenk. Sei höflich und sag Danke, Schatz. Danke, Schatz. Wohl dann. Jetzt kann ich endlich abreisen. Habt noch einmal tausend Dank. Minotischen Kompass erhalten. Yay. So, noch ein wenig verschnaufen. Dann geht es auf Richtung Heimat. Ich freu mich. Ich freu mir. Ich freu dir. Alles hier ist nicht mein Bier. Ich bin euch ja so dankbar, dass ihr Bertha und Rüdiger überreden konntet, hier zu arbeiten. Ohne sie würden in spätestens zwei Wochen wahrscheinlich überhaupt keine Gäste mehr kommen. Ja, schlafen. Gut, jetzt füllen wir nochmal unsere Lebensenergie auf. Und dann kümmern wir uns jetzt, spaßeshalber doch, also wir kümmern uns um das Problem der Orks. Die sind uns auch mittlerweile ans Herz gewachsen, die kleinen schnuffigen Schweinennasen. Das ist schon in Ordnung. Oh ja, die sind auch voll knuffig sind die. Also, könnte man so meinen oder denken. Oder nicht? Egal. Kann ja nicht schaden. Eine Hand wäscht die andere. So oder so eben. So. Speichern bitte. Speichern. So. Dann gucken wir mal, wer da noch bei denen wohnt. Die haben ja eine sehr illustre Nachbarschaft. Puh. Das hat weh getan. Eine magische Wand. Ein Glück, dass ich auf Ravenstein dieses Buch gelesen habe. Da stand alles drin, was man wissen muss, um so etwas zu bannen. Schauen wir uns das Ganze doch nochmal etwas genauer an. Seid ihr plemplem? Das tut weh, dieses magische Dingsbums. Keine Sorge, Grandy. Jetzt wo wir wissen, was uns erwartet, wird uns schon nichts passieren. Ich werde nun versuchen, diese magische Barriere zu bannen. Es ist ein sehr langwieriger und komplizierter Zauber. Für diese Aufgabe werde ich mich in Trance versetzen müssen. Während dieser Zeit bin ich ausgesprochen verwundbar. Also gebt gut auf mich Acht. Keine Sorge, Dank Ward. Wir werden gut auf euch aufpassen. Etwas anderes hätte ich auch nicht von euch erwartet, Grandy. Tretet nun bitte ein Stück zurück. Okay. Und du? Dank Ward, geht es euch gut? Ja, danke Grandy. Es ist bloß ein äußerst kraftraubender Zauber. Ja. Er hat tatsächlich Lebensenergie verloren. Naja, 50 LP. Passt schon. Einmal Genesungszauber. Zack, geheilt. So. Achso. Hä? Ach, wir alle haben 50... Warum haben wir alle 50 LP verloren? Betrug. So. Ich fühl mich verarscht. Klopf, klopf. Kann es sein? Wie seid ihr denn hier reingekommen? Durch mächtige Magie. Ihr mögt vielleicht nicht ganz ohne sein. Aber eure schlappe Barriere konnte uns nicht aufhalten. Hm. Ich muss den Zauber dringend mal überarbeiten. Ich kann es mir nicht leisten, dauernd gestört zu werden. Aber ihr seid wohl kaum hier eingedrungen, mein Schwätzchen zu halten. Was wollt ihr? Wir kommen, um dich zu töten. Wir haben da ein paar Fragen. Äh, wir haben da ein paar Fragen. Fragen? Habe ich nicht eben erwähnt, dass ich keine Zeit habe? Ich habe noch ein paar dringende Experimente durchzuführen. Aber was soll's. Betrachtet es als letzten Wunsch der Delinquenten vor der Hinrichtung. Hinrichtung? Ihr glaubt doch nicht etwa, dass ich euch wieder laufen lasse, nachdem ihr bei mir eingedrungen seid. Außerdem kann ich euch ganz gut für meine Versuche gebrauchen. Also schießt los. Äh, Frage stellen. Wer oder was bist du? Mein Name ist Ritzala. Zu Lebzeiten war ich ein debütiger Diener des dunklen Gottes, aber in den letzten Jahren habe ich mich eher den Wissenschaften gewidmet. Man muss ja auch sehen, dass man irgendwie weiterkommt. Und nur auf Seelenjagd für jemand anderen zu gehen, ist auf Dauer wenig befriedigend. Ähm, wie bist du eigentlich zu deinem wenig vorteilhaften Äußeren gekommen? Keine Beleidigungen bitte, sonst ist die letzte Unterhaltung eures Lebens schneller vorbei, als ihr lieb ist. Aber zur Frage, ein kleines Missgeschick bei einem Ritual zu Ehren des dunklen Gottes. Es ging dabei um eine Seelenwanderung. Hört sich irgendwie bekannt an. Sagen dir etwa die Namen Maltur und Lythia etwas? Hui, hui, hui. Langsam fange ich an, ein wenig beeindruckt zu sein. Darf ich fragen, wo ihr dieses Wissen aufgeschnappt habt? Äh, aber gerne doch. Auf Burg Rabenstein haben sie gerade versucht, das gleiche Ritual durchzuführen. Ähm, ach so. Das hört sich jetzt aber wirklich interessant an. Darf ich fragen, ob sie Erfolg hatten? Ähm, wir konnten das verhindern. Hervorragend. Das grenzt die Anzahl meiner potenziellen Konkurrenten ein. Äh, ja. Hatten wir jetzt schon gefragt, was machst du hier? Ich forsche. Das sieht man doch, oder? Jaja, ich kenne die nächste Frage. Woran forschst du? Nun, die Antwort weiß ich selbst noch nicht so genau. Nur, dass es etwas Großes wird und dem dunklen Gott nebst seinem Nachkömmling wohlgefällig. Leider verrinnt die Zeit, ohne dass ich mehr produziert hätte als zweiköpfige Kaninchen mit heraushängendem Gedärm und dergleichen. Äh, ja. Wohin führt dieser Durchgang? Ach, der, der führt zur Burg des Herzogs. Wie geschaffen für meine Zwecke, müsst ihr wissen. Der Herzog gibt die Tage nämlich ein rauschendes Fest, auf dem ich auch zugegen sein will. Ohne sein Wissen versteht sich. Was planst du? Mein Plan würde eure kleinen Spatzenhörner zum Überkochen bringen. Würde ich versuchen, ihn euch zu erklären, dann nutzt er mir jedoch nichts mehr. Deswegen belasse ich es mal dabei, euch zu sagen, dass es eine Sache zwischen dem dunklen Gott, mir und seinem Sohn ist. In die sich dieser blutsaugende Emporkömmling einzumischen gedenkt, aber nicht mit mir, meine Freunde. Okay, er mag Warnfried also auch nicht. Interessant. Soll es durchaus auch geben, auch unter den Monstern. Aber, naja, bringen wir es mal hinter uns.